Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtgespräch hier von der Böblinger Motorworld. Ich will immer noch Meilenwerk sagen, es ist ja immer noch. Und bei uns ist heute Jasmin Hahn, Feuerwehrfrau bei der Feuerwehr in Böblingen. Denn wenn es natürlich brennt, wählt man ja ganz schnell die 112 und dann kommt eigentlich ganz schnell die Feuerwehr. Aber so einfach ist es nicht. Denn durch die freiwillige Arbeit, durch das freiwillige Engagement von tausenden Männern und Frauen, ohne die wäre das eigentlich gar nicht möglich. Du bist jetzt aber nicht nur bei der Böblinger Feuerwehr, sondern du kriegst nicht genug, du hast zwei. Ja, richtig. Meine Wurzeln sind eigentlich bei der Altersfeuerwehr. Da habe ich vor zwölf Jahren angefangen, war gründungswidrig in der Jugendfeuerwehr und seitdem nimmt das Ganze seinen Lauf. Und man macht dann Lehrgänge oder wie bildet man sich dann weiter? Wie ist das? Ja, richtig. Also wenn man dann mit mittlerweile 17 in die aktive Wehr wechseln kann, dann fängt man an mit der Grundausbildung. Das ist dann hier im Landkreis bei einer Stützpunktwehr, die wird das dann ausrichten. Macht dann noch über den Sprechfunker Atemschutz, dann zum Truppführerlehrgang und dann hat man erstmal so auf Kreisebene eigentlich mal das Komplettpaket. Kann natürlich dann als Zusatz noch einen Maschinist machen. Habe ich auch gemacht mit dem Lkw-Führerschein zusammen und darf dann natürlich auch die Autos fahren. Also die großen Löschzüge und sowas alles. Die ganz großen, ja. Und bist du da jetzt die einzige Frau, gerade in Böblingen, die jetzt so ausgebildet ist und das alles machen darf? In Böblingen bin ich momentan die Einzige, die auch fährt, genau. Die anderen hoffe ich mal, dass sie noch nachkommen. Dann können wir zusammen kämpfen gegen die Männer. Aber es ist super, macht Spaß. Die Autos zu fahren ist natürlich auch, ja, macht schon was her. Ja, lassen sich die Männer ran? Also ich meine, Feuerwehr ist ja sonst eigentlich immer so eine Riesenmännerdomäne gewesen und dann waren da plötzlich die Frauen, die das jetzt so für sich entdecken. Wie sind denn die Männer? Darfst du da überhaupt an das Steuer oder sagen, komm, heute fahre ich? Ja, also es war schon eine kleine Herausforderung, bis man sich dann da mal so einen Namen gemacht hat. Das ging bei mir eigentlich ganz schnell irgendwann. Das war dann ein ziemlich großer Verkehrsunfall auf der Autobahn. Da war dann alles da, Mannschaft, komplett, nur halt der Fahrrad gefehlt. Ja, und dann irgendwann sind sie darauf gekommen, dass ich ja auch fahren kann und darf. Und so kam das dann eben auch. Und ab diesem Einsatz habe ich vollsten Respekt und habe meinen Platz gesichert und darf auch ohne Wenden aber immer fahren. Was reizt dich denn eigentlich an der Tätigkeit bei der Feuerwehr? Also natürlich die großen Autos. Das ist nicht nur ein normales Auto, sondern eben einfach mal alles eine Nummer oder zwei größer. Die Teamarbeit finde ich super, die Kameradschaft natürlich. Man lernt super viele Leute kennen und egal, wo man hinläuft, überall Hallo und Hi. Und dann einfach auch die Herausforderung, dass man auf dem Weg zum Einsatz einfach nie genau weiß, ja, was überrascht mich jetzt was, was kommt auf mich zu. Klar, man weiß natürlich geht es zum Verkehrsunfall oder geht es zu einem Brand oder auch mal eine Brandmeldeanlage. Aber so im Endeffekt ist eigentlich immer was Neues. Nachts um vier geht der Melder, man wacht auf, rennt los und überlegt sich irgendwann, was ist eigentlich. Und das ist halt schon auch, ja, was einen reizt. Immer was Neues, mehr zu erfahren, die Technik, die dahinter steckt, die großen Gerätschaften, Schere, Spreizer. Und es ist ja nun eigentlich, also bei Frauen sowieso recht selten und dann ist es ja am Ende sowieso noch ein freiwilliger Dienst, also ein freiwilliges Engagement. Wie lässt sich das vereinbaren, auch mit dem Arbeitgeber? Also ich war bis letzten Jahres in der Stadt Böbling tätig. Da konnte ich jederzeit zum Einsatz gehen, das war überhaupt gar kein Problem. Jetzt arbeite ich im Rettungsdienst, ist natürlich dann nicht mehr ganz so einfach, aber durch die verschiedenen Schichtmodelle, die wir auch im Rettungsdienst haben, kombiniert es sich dann einfach auch wieder so. Eigentlich ganz super, weil wenn ich dann tagsüber mal daheim bin und die anderen arbeiten, kann ich da zum Alarm gehen oder nachts, je nachdem, wenn ich zu Hause bin, dann halt während der Dienstzeit nicht mehr, aber außerhalb vom Dienst bin ich eigentlich so gut wie es geht immer dabei. Kein Problem. Und gerade jetzt, ich meine die Frauen, wie viele Frauen seid ihr jetzt? Wir sind sieben, sieben Stück. Und da, wo du eigentlich herkommst, sind es zwei mittlerweile? Ja. Und wie reagieren Familie und Freunde da drauf? Also gibt es auch welche, die sagen, Mensch, mich würde das eigentlich auch interessieren? Ja, also bei mir sind alle echt stolz drauf, dass ich es mache. Ich bin da in die Fußstapfen von meinem Papa getreten, der war früher auch schon bei der Feuerwehr und da geht man natürlich hinterher. Also deswegen kam das, ja. Daher kam ich auch dazu, genau. Ich habe viele Frauen, die sagen Hut ab vor dir. Aber die meisten sagen auch, es wäre nicht zu mich, ich könnte es nicht. Zu schwer, zu vielleicht schlimme Bilder, die man sieht. Weiß man nicht, ob man damit klarkommt. Also die sagen immer, mach mal du, das ist ganz gut. Und wir wissen, wenn wir jemanden brauchen, dann rufen wir dich und das passt schon so. Weil du gerade sagst, zu schwer. Also ich meine, ein Mann ist ja natürlich der Frau oftmals kräftemäßig überlegen. Kann man dann eigentlich als Frau alles machen oder kommt man dann irgendwo so an die Grenzen, wo man sagt, das wird jetzt nichts? Also es kommt natürlich darauf an, auf den eigenen Willen. Ich hatte bis jetzt eigentlich noch nie die Situation, wo ich jetzt nicht wusste, oh Gott, wie schaffe ich es? Klar, man ist natürlich immer zu zweit im Trupp. Wenn man jetzt merkt, da ist der Partner, vielleicht ist ja auch mal der Mann, der Truppmann oder der schwächer ist, dann hilft man natürlich auch dem, ganz klar. Und es kommt natürlich ja auch immer auf das Köpfchen an. Manchmal kann man ja andere Sachen vielleicht besser, die der Mann nicht hinkriegt. Ansonsten kriegt man jederzeit die Hilfe. Das ist gar kein Problem. Aber ich persönlich hatte bis jetzt noch nie den Fall, dass ich irgendwann gescheitert bin. Wenn man da genug Willen dahinter setzt, dann geht das schon. Funktioniert das. Du bist ja jetzt, wie vorhin schon gesagt, ausgebildete Rettungssanitäterin. Hilft das bei der Tätigkeit, bei der Feuerwehr? Sicherlich, ne? Ja, also wenn wir auch First Responder zum Beispiel fahren, wenn die Rettungswägen alle unterwegs sind. Was heißt das jetzt für die älteren Zuschauer, die das jetzt nicht verstehen? Das ist die Erstversorgung, die wir übernehmen. Wenn die Einsatzwahl gewählt wird, alle Rettungskräfte unterwegs sind, dann fahren wir, wenn genügend Personal auf der Wache ist, fahren wir vor Ort. Wenn es zum Beispiel um die Reanimation geht, dann können wir natürlich schon mal anfangen. Das ist ja ganz wichtig, da geht es ja um Sekunden. Wir versorgen den Patienten dann, so gut es geht, mit unseren Mitteln, die wir haben und warten dann, bis wir dann an die Kollegen vom Rettungsdienst übergeben können. Und da ist es natürlich sehr hilfreich. Oder wenn beim Autounfall, innerer Retter natürlich, muss immer einer zum Patienten rein. Ist ja auch vielseitig viel besser einsetzbar, weil ich weiß einerseits, was machen meine Kameraden draußen, wo fangen sie an, wo schneiden sie, wo spreizen sie. Andererseits kann ich doch die Vitalwerte besser kontrollieren. Und da habe ich natürlich schon den Vorteil ein bisschen, einfacher zumindest. Man sieht sicherlich auch viel Schlimmes. Macht natürlich sicherlich auch ein paar gute Sachen. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Und dann sind wir gleich wieder zurück, hier beim Stadtgespräch in Böblingen. So, da sind wir wieder zurück beim Stadtgespräch in Böblingen. Und bei uns immer noch Jasmin Hahn, die Feuerwehrfrau in Böblingen. Sagt man Feuerwehrfrau? Ja. Ja, krass. Das ist der normale Begriff. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas Falsches sagen. Wie viel, zählst du eigentlich mit, wie viele Einsätze du bisher schon gemacht hast? Also, letztes Jahr waren es ungefähr so 85, wo ich jetzt dabei war. Aber wir haben jetzt in Böblingen um die 300 bis 400 Einsätze. Also mit allem drum und dran. Klar, die Hauptamtlichen haben natürlich nochmal ein Stückchen mehr. Aber so als Freiwillige war ich dann doch bei 85 dabei. Schon jede Menge. Und ich habe ja gerade vor der Pause mal kurz angesprochen, da sieht man ja sicherlich auch viel Schlimmes. Was war was, wo du sagst, das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben? War eigentlich der erste Verkehrsunfall. War allerdings ein Alteraufhalt dabei. Wir wurden alarmiert. Fahrzeug gegen Baum. Erstens war ja eigentlich nichts so Dramatisches. War allerdings eine Strecke, wo nicht so viele fahren. Und auf dem Weg dorthin habe ich das Auto schon ganz klar erkannt und wusste sofort, okay, das muss derjenige sein. Und den kannte ich halt schon von klein auf. So war es dann halt nachher auch. Der hat es auch leider nicht überlebt. Man hat zwar echt noch alles getan, was man noch irgendwie in der Möglichkeit hatte, aber hat halt leider nichts mehr gebracht. Funktioniert man dann da einfach? Ja, also ich habe mir so ein ganz kurz überlegt, so könnte es sein, du kennst ihn. Dann dachte ich, okay, jetzt cool down, dreimal tief durchatmen. Wenn, dann denke ich nachher drüber nach und jetzt arbeiten wir erst mal. Und so hat es auch echt gut funktioniert dann. Und kann man das dann ganz normal im Alltag dann verarbeiten oder holt man sich dann irgendwo Hilfe? Es gibt einen Notfallnachsaugedienst. Der ist auch für uns da. Wenn wir dann doch merken, da ist irgendwas, da kommen wir nicht so mit klar. Steht er jede Zeit rund um die Uhr für uns bereit. Müssen wir nur weitergeben, die rufen ihn an. Es gibt natürlich aber auch, was uns eigentlich mehr hilft, so unterhalb von den Kameraden. Ja, ein bisschen, böse gesagt, den Leichenschnaps sozusagen. Dann dringt man halt einfach einen drauf und dann sagt man, gut, wir haben getan, was wir konnten. Wir haben gut zusammen geschafft. Jedem können wir halt leider auch nicht helfen und man tut, was man kann. Aber die Gespräche untereinander sind schon viel wert. Die wissen dann auch natürlich, was man meint. Wenn ich jetzt zu Hause mit meiner Mutter kann ich auch wunderbar darüber sprechen oder mit einer Freundin. Natürlich wissen die halt von der Materie nicht so viel. Hat auch Vorteile, weil die fragen dann schon nicht so viel nach. Die denken dann, oh, Respekt. Hat natürlich auch Vorteile. Wo schlimme Sachen passieren, passieren sicherlich halt auch andere Sachen. Ich meine, bei Feuerwehr denkt man ja im ersten Moment immer an die, die mit der Drehleiter kommen und irgendeine Katze vom Baum retten. So was? Ja, hatten wir durchaus auch schon. Eine Katze oder? Ein Vogel. Ein Vogel. Ein Vogel. Ungefähr, ja, fünf Zentimeter kompakt, klein. War eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war im Vollzugssinn schon unterwegs draußen auf der Straße. Er hat mich einen angesprochen. Den kannte ich, ja, Jasmin, du bist doch bei der Feuerwehr. Ja. Ja, ich habe da ein Problem. Bei uns hängt ein Vogel auf dem Baum. Da dachte ich mir, okay, ein Vogel kommt hoch, kommt auch wieder runter. Sag ich, ja, wo ist das Problem? Ja, der hat sich wahrscheinlich ein Flügel gebrochen, hängt da jetzt schon drei Tage Kopf über. Sag ich, naja, gut, wir retten ja nicht nur Menschen, wir retten auch Tiere. Habe dann die Leitstelle informiert, durfte dann auch aus dem Geschäft gehen. Mein Chef war da super kulant dann in dem Fall und hat mich dann gehen lassen zur Leitstelle. Habe dann die Drehleiter besetzt mit einem anderen Kollegen von der Feuerwehr. Wir sind dann da vor Ort hingefahren und haben dann tatsächlich, war circa eine Viertelstunde, wo wir dann beschäftigt waren, bis wir dann in das Geächt reinkamen. Der hielt natürlich schön mitten im Baum und haben dann den kleinen Piepmatz befreut. Haben ihn dann zufällig, vom Tierheim waren dann zufällig eine andere da. Die konnten ihn perfekt versorgen und ich hoffe, er hat es überlebt. Ach, der arme Piepmatz. Ja. Was würdest du so zum Abschluss Frauen raten, die sagen, sie würden sich für die Feuerwehr entscheiden? Was müssen sie mitbringen? Ja, also im Prinzip auf jeden Fall mal die Motivation mitbringen und nicht nur überlegen, sondern macht es einfach. Also sie sollen auf jeden Fall sich trauen, mal anzurufen. Bei uns zum Chef zum Beispiel, Thomas Frech in Böblingen, der ist da immer offen. Man steht auch mit Rat und Tat zur Seite oder einfach mal uns kontaktieren. Wir sind eigentlich ziemlich oft auf der Feuerwehr anzutreffen. Ansonsten ein bisschen körperliche Fitness wäre nicht schlecht. Also so ins Fitnessstudio nebenher. Ich merke es auch selber, umso öfters man trainieren geht, umso einfacher fällt sein, weil das Atemschutzgerät oder das Retten von Personen oder so ist natürlich schon noch anstrengend. Ein bisschen Technik begeistert vielleicht und einfach auch die Ausdauer dran zu bleiben, die Ausbildungen durchzugehen. Ja, teambegeistert, teamfähig. Und lust auf viele lustige neue Kameraden. Super. Das ist auf jeden Fall Rat. Jasmin Hahn, vielen Dank. Was sagt man? Hals- und Beinbruch bei der Feuerwehr? Nee, gibt es da irgendwas? Nicht. Na, also hoffen wir, dass du halt immer gut rauskommst, natürlich von deinen Einsätzen. Und vielen Dank. Und das war es für heute. Und nächste Woche begrüßen wir dann hier Georg Sommer, der Geschäftsführer vom Kongresszentrum Böblingen-Sindelfingen. Und da ist dann auch wieder mein Kollege Hans-Jörg Zirn. Bis dahin. Tschüss. Schönen Abend.